Und damit jetzt willkommen zurück zu Kingdom Two Crowns. Wir brechen auf ins dritte Land, würde ich mal sagen. Dabei noch mal ganz schön viel Geld gewastet, wie ich gerade sehe. Kommen die jetzt alle hierher? Was ist hier los? Baue, erkunde, verteidige, erobere. Tag 49. Warum kommen jetzt noch mal so viele? Fahren wir jetzt bis zum Steg und laden da doch noch alle ein? Das wäre krass. Ich habe die magische Kreatur mitgenommen. Ich nenne sie jetzt einfach magische Kreatur. So ganz sicher, was es ist, bin ich ja immer noch nicht eigentlich. Witzig auf jeden Fall. Aber ich dachte, mir mitnehmen kann ich schaden, anstatt dass ich den anderen Haufen da mitnehme. Dementsprechend, äh... Ja. Scheinbar scheppern wir jetzt hier noch ein bisschen lang. Spannender wird es dadurch nicht, glaube ich. Aber wir lassen uns mal überraschen, was hier so noch passiert. Die stehen jetzt alle hier. Warum? Also hier stehen ist ja sinnlos. Hier würde nichts mehr kommen. Oder ist das Portal wieder da? Ich kann drücken. Dann fahren wir weiter. Okay. Das war das erste Land. Wir haben hier ein Portal entdeckt. I guess. 35. Null Diamanten. Und keine Ahnung, was das da oben heißt. Das ist das Zeitalter vielleicht? Holz? Und das ist das Zeitalter Stein? Wir haben keine Diamanten hier gelassen. Keine Portale hier gelassen. Ich glaube, das heißt, was noch offen ist, ne? Und was auch immer die 35 da unten ist, verstehe ich nicht. Heißt das, dass wir hier alles gemacht haben? Das könnte sein, ne? Und das heißt, wir haben hier ganz schön viel übergelassen. Wir haben hier noch ein Reittier. Wir haben hier noch irgendeine Störter. Der Bogen ist wahrscheinlich, dass wir alles zerstört haben oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns jetzt auf jeden Fall nach hier weiter. Auf die nächste kleine Insel. Hieraus kann ich überhaupt nicht erkennen, wo wir gewesen sind eventuell. Also ich würde behaupten, wir sind der kleinen Flaggenburg. Nach rechts war nur die Mine. Und nach links war Reittier, Forscher und Endportal. Das könnte passen. Wir gehen mal nach hier. Weil weiter als hier kann ich eh nicht. Abfahrt. Wir sind ja dann wahrscheinlich weiterhin im Winter, was ein Problem ist. Also ein richtiges Problem. Wahrscheinlich hätte ich nicht im Winter in ein neues Land fahren dürfen, ne? Oder gibt es jetzt einfach keinen Winter auf der... Ich habe dich dabei. Das ist doch schön, ist das. Das wusste ich nicht. Witzig. Okay, cool. I guess. Dann wollen wir mal kurz uns einrichten, würde ich sagen. Und direkt mal ein bisschen Wald hier abholzen. Wir brauchen jetzt theoretisch noch nicht so viele Leute. Wir haben direkt Schnee. Das ist echt ungünstig. Denn das heißt, wir haben kein Geld. Durchgehend. Weil Winter heißt keine Viecher. Das heißt, wir müssen Geld mit den Bäumen machen. Jetzt gerade erstmal kurz. Danke. Das habe ich in Klassiker versucht, um ein Achievement zu kriegen. Das hat mäßig gut funktioniert, sagen wir so. Es funktioniert hier offensichtlich ein bisschen besser. Und ich glaube, wir haben hier auch erst Winteranfang. Dementsprechend könnte das noch ein bisschen besser sein. Hier stehen. Bauern können die Früchte des Winters ernten. Uh. Cool. Ja, machen wir gleich. Danke. Okay, das heißt, das bringt uns auch noch Geld, oder? Okay, ihr seid Bauern tatsächlich. Danke. Hört auf, dir ein Geld hinzuwerfen, ihr Penner. Die brauchen aktuell noch nichts. Boah, eigentlich so schnell wie möglich wäre die Möglichkeit, mein Geld einzuzahlen. Aber hier ist kein Steg, ne? Doch, aber hier ist kein... Wollen sie erst wieder freibauen, bis dahin wahrscheinlich. Aber das kriegen wir ja wahrscheinlich sogar noch heute oder morgen geregelt. Würde ich nur behaupten, komm, da haben wir weiter abbauen, danke. Danke. Ja, ist okay, komm. Und dann bauen wir hier mal schnell auf. Und dann bauen wir da drüben nochmal schnell auf, würde ich sagen. Danke fürs Geld. Komm mal her. Ich brauche nochmal eben Bauern. Wenn ich das Spiel die Bauern nenne, darf ich die auch Bauern nennen. Habe ich entschieden. Danke. Bauen wir mal bitte schnell aus. Bitte auch möglichst schnell, wirklich. Ich habe die Hoffnung, dass in der ersten Nacht einfach keine Gegner kommen. Muss ich nicht ganz verstehen, wo unsere Leute hin sind, oder? Ist das noch Gas? Kann ich das fressen? Nein, okay. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie Bären funktioniert, habe ich gesagt. Aber aktuell ist noch nicht so der Status, wo ich sagen würde, läuft. Wir können auf jeden Fall noch nicht weiter ausbauen, weil wir noch keinen Stein haben dürften, ne? Doch, wir können weiter ausbauen, wir haben einen Stein. Spannend. Gut, dann würde ich die auch erstmal, würde ich noch weiter hochziehen, weiß ich noch nicht. Ich würde mal gucken, dass wir so schnell wie möglich wieder unseren Vogt haben, weil ich gerne wissen möchte, ob wir dann noch Geld wiederkriegen. Das war auf jeden Fall alles an Geld, was wir hatten. Das ist ja nicht so gut. Danke. Damit habe ich mir schon mal meinen Winterbären-Scheiß kaputt gemacht. Scheiße. Andere Seite auch? Sofällig? Du machst Winterbären, kann das sein? Und ich habe Winterbären kaputt gemacht, kann das sein? Alter, du machst safe Winterbären. Das ist so hart nach einer Bären, nach einer Bären-Ton oder was? Machst du Bären? Du machst keine Bären. Okay. Du hast vielleicht mit den Bären. Schau mal nicht. Okay. Äh, ich werde es nicht dafür ausgeben, weil dann ist Geld wieder leer. Das wäre jetzt nicht so ein Erfolg. Aber das Spiel sagt ja auch Bauern. Und dann kamen direkt die Bauern. Also die Bauern. Denn die Handwerker. Ne, ich sehe es einfach mal. Aber die sind auch relativ schnell wieder weg gewesen, ne? Okay, Gaule ist immer noch müde. Guck mal, da sind noch mehr Winterbären. Oh, Geld. Meins. Ehre. Ich glaube, die werfen einfach nach Tag XY Geld ab, kann das? Ja, komm. Komm mal mit. Du möchtest dich doch erschießen lassen, ne? Mein liebes, kleines Reh. Guck mal, hier stehen so nette Leute. Scheiße, hier ist nur einer. Warte mal. Nein. Du machst alles kaputt. Das wäre so gut gewesen, wenn die einfach, also wenn das Reha einfach in die anderen reingerannt wäre. Ja, komm mit. Das wäre jetzt echt problematisch mit dem, dass wir kein Geld haben, ne? Geh nicht schon wieder raus, Alter. Danke. Das war wenigstens nur noch ein Schuss. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die Handwerker kommen schnell zurück. Das könnte jetzt echt kritisch werden. Ich glaube, nach links hätte ich zuerst erkunden. Einfach, weil es mir auf der Karte so aussieht, als ob da die wichtigen Sachen wären. Oh Gott. Die haben sie geklaut! Was soll das denn? Das wusste ich nicht. Okay, merke, ich glaube, sie zu behalten ist ein Key-Aspekt. Kann das? Wieso fehlt da jetzt der Zaun? Frag für einen Freund. Kannst du das Wasser saufen? Nein, du kannst den Schnee nicht lecken. Okay. Fuck. Okay, das ist echt ein Problem, dass ich sie jetzt nicht mehr habe. Oder ihn oder was auch immer. Keine Ahnung. Persönchen. Dadurch werde ich wahrscheinlich eins der Dingens nicht kriegen. Naja, wahrscheinlich. Problem ist mit dem Gaul, dass der halt durchgehend jetzt erschöpft ist. Ich brauche gerade eigentlich keine Leute. Bin ich auch ehrlich. Okay, nach links sind auf jeden Fall zwei Lager, aber alle relativ entfernt. Was kannst du? Was kannst du? Okay, du bist nicht so schnell, aber du kannst bestimmt irgendwas anderes Wichtiges. Okay, da ist das erste Portal. Das wollen wir erstmal ignorieren. Äh, die Kiste ignoriere ich gerade auch gerade, weil es halt einfach nur die Dinge so Punkte bringt. Okay, ich habe keine Ahnung, was der Gaul bringt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Und wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr gerne nachgucken, wenn ihr Bock habt. Wenn ich denn eigentlich. Aber ich wüsste gerne, was der Gaul besser macht als der andere. Ich hätte gedacht, der hat vielleicht keine Ausdauer. Ist dafür nicht so schnell oder so? Danke. Danke. Weil der kann auch keinen Schnee fressen. Also er ist bisher nicht ausdauertechnisch am Ende gewesen. Dementsprechend weiß ich es nicht, aber... Ja, komm, gib mal her. Danke. Danke. Ich versuche halt so weit wie möglich abzubauen schon mal. Damit wir dann, dann, äh, nicht so weit noch, äh, nachher abbauen müssen. Na, guck mal, hier sind wir ja schon mal. Die geben hier sehr viel auf der 2, hätte ich gesagt, die Grosch... äh, die Bäumchen. So. Okay, hier ist jetzt leider immer noch nicht so ein Roboltgerät, was, äh, uns das Geld bewacht. Das wäre auch zu schön gewesen, würde ich behaupten. Also die, die Diamanten, ne? Weil ich muss sagen, also Diamanten so schnell wie möglich weg haben, wäre Premium. Das spart mir extrem viel Platz. Ich glaube, ich kann inzwischen zumindest mal ein bisschen in Bögen investieren. Ich habe keine Ahnung, wie die Winterbären funktionieren. Wirkt bisher überhaupt nicht so, als ob sie funktionieren würden. Okay, hier ist direkt ein Portal. Beruhigend. Nicht. Okay. Ist Bauern vielleicht so ein neues? Bauern sind Farmer, die wir noch nicht haben, ne? Ich glaube, Bauern sind die Farmer mit den Sicheln. Ja, ich würde mal morgen ausbauen, wenn ich heute mache. Heute könnte das kritisch werden. Sicherlich. Das hat es einen Bauern. Ziemlich sicher. Ich mache davon mal zwei. Ich habe zwar schon vier Farmen, also vier Bärengeräte, aber hätte man früher drauf können können, hat die absolut kommen können, habt ihr absolut recht, ne? Macht nichts, wenn ihr ein bisschen trefft. Der Ekspiel ist sogar ganz okay. Ich wollte eigentlich erst mal die andere Seite ausbauen, aber okay. Ja, komm, ich muss mir erst mal ein paar ein paar Farmer holen. Komm, ihr beide. Bist du mir mein Geld wohl zurück? Danke. Bist du mir mein Geld wohl zurück? Danke. Ja, komm, wir bauen das mal aus. Kein Bogen mehr, das ist gut. Das heißt, die beiden werden auf jeden Fall Farmer. Ich bin mal gespannt, ob wir unser ganzes Geld noch haben. Ich glaube ja nicht, dass wir, sobald wir den Scheiß wieder auf dem Level haben, dass wir das ganze Geld noch haben. Das wird einfach stumpf weg sein. Gehe ich ganz stark von aus. Gut. Ich kriege jetzt gerade aber auch nicht viel mehr Asche ran. Das ist halt nicht in den Mauern. Das ist halt gerade alles nicht in den Mauern, ne? Ist das Problem. Aber nach links könnte ich alles in die Mauern stellen. Nach links könnte ich ein bisschen ausbauen. Okay. Wir werden jetzt mal hier hingehen, was am nächsten ist, ne? Ja. Danke. Ich müsste eigentlich erstmal gucken, ob ich das hier in die Mauern kriege. Und das war ja schon mal in den Mauern. Danke. Danke. Ja, da ist halt schon das Kacke. Gut. Wir müssen uns hier auf jeden Fall so schnell wie möglich vergrößern, damit wir so viel wie möglich von den Feldern da drin haben. Okay, die sind auch sehr schnell leer. Kommen die jeden Tag neu? Oder sind das wirklich so einmalige Sachen? Falls ja, sind die so dumm, dass sie nachts rauslaufen? Also scheinbar ja. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Okay, vielleicht wachsen die nach. Weiß man natürlich noch nicht, aber... Könnte ja sein. Aber sind die wenigstens smart genug, dass sie nachts reingehen? Das werden wir anlegen. Also nicht nur das zu wissen, sondern auch, dass sie das tun. Bei mir ein Anliegen. Das ist auch Ehre. Das ist auch Ehre. Okay, die gehen rein. Das ist gut zu wissen. Ich möchte die eigentlich nicht mal ausbauen. Weil ich bin ehrlich, ich will die Stellung hier eigentlich so schnell wie möglich los sein. Aber wir wissen ja jetzt, dass die Wachtürme nicht besetzt bleiben, wenn sie nicht gebraucht sind. Also auch egal. Prüste dich mal aus, mein Junge. Das ist ja echt schwierig. Part ist doch gleich schon zu Ende. Das werdet ihr da wohl hinkriegen, oder? Ja, easy. Guck. Und Bären sind nachgewachsen. Tatsächlich, die wachsen am Tag nach, Alter. Also in einer Nacht. Das ist krass. Bin ich ehrlich? Das ist krass, dass die Bären so schnell nachwachsen. Gut, dann müssen wir so schnell wie möglich, so viele wie möglich davon in unser Territorium bringen. Nachts bauen die die aber scheinbar nicht ab. Das ist sehr schade. Aber nicht zu ändern. Jetzt ist es Tag und die gehen abbauen, richtig? Ja. Okay, aber der eine geht nach rechts, äh, nach links. Also einer nach rechts, einer nach links. Und der geht auch erstmal seinen angefangenen Strauch abbauen oder was? Achso, weil die noch nicht... Muss ich die wieder bestellen quasi? Ja, ich muss die wieder bestellen. Okay, krass. Das ist schlecht. Aber gut, das ist halt ein Invest von einer Mark. Und dafür kriege ich halt 100 Mark rausgefühlt. Na, weil er gibt mir jetzt gleich richtig viel. Dafür drücke ich da noch eine Mark rein und die sind wieder abbaufertig. Jeden Tag. Das kann sich schon lohnen, glaube ich. Bin ich ganz ehrlich. Also es dauert halt ewig. Okay, klar, die anderen Straucher werden jetzt dadurch nicht fertig. Gut. Aber, das heißt ja auch wahrscheinlich, dass Ihmchen da hinten schon hingeht und da auch abbaut. Das heißt, ich brauche einfach nur möglichst schnell, möglichst viel Geld, um unseren Posten so weit wie möglich nach links zu verschieben. Schon mal. Weil ich glaube, hier hatten wir noch zwei oder drei Felder sogar. Na, guck mal, das Feld, das können wir hier mit schützen. Der ist aber ansonsten nicht so optimal. Ich gebe jetzt gerade ungern Geld aus, weil wir es gerade gebrauchen können eigentlich. So. Hier könnten wir noch weitermachen und da kam aber auch schon... Das Portal, ja, okay. Dann kamen rechts, glaube ich, noch welche. Kann auch sein. Okay, aber das heißt, hier links gibt es relativ lange keine mehr. Das heißt, da können wir unsere Grenze schon mal verschieben. Ich würde natürlich gerne so nah wie möglich an dieses Dorf hier ran. Weil das eigentlich dumm ist. Ja, ich glaube, wir gehen bis nach hier. Dann haben wir die mit drin. Kriegst du die noch fertig heute? Ja, bestimmt, ne? Kriegst du die noch fertig, oder? Guck schon. Kommt die grüße noch fertig. Bitte. Also gerade reichen auf jeden Fall zwei von denen, würde ich sagen. Gerade würde ich sagen, reichen uns nur zwei von denen. Oh, der andere wird hier noch gut gebaut haben. Risch. Ja, guck mal, der hat hier noch alles abgefarmt, ey. Ah, das ist jetzt nicht aber sehr viel. Okay, der hat zwei nicht geschafft. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall noch einen dritten einstellen, würde ich mal sagen. So vom Gefühl her. Für die drei Teile, die wir haben. Ich würde mal sagen, einer schafft eins am Tag. Na, der links hat das links komplett gemacht. Der rechts hat das rechts den einen gemacht. Und dann noch hier die zwei. Komm, lauf. Lauf ins Haus. Woher kommt das Geld eigentlich? Könnt ihr bitte treffen? Ihr seid nicht so viele. Danke. Woher kommt das Geld? So. Ist das hier schon die höchste? Ja. Äh, pass auf. Dann gebe ich dafür gar kein Geld mehr aus. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg, hier nochmal richtig einen rauszubauen. Und dann müssen wir jetzt tatsächlich auch anfangen mit Leute engagieren für Verteidigungslinien. Und ich brauche dann eigentlich auch den Punkt hier. Aber gut, das heißt natürlich auch, dass wir jetzt gerade quasi wieder eine Möglichkeit haben, Geld zu holen. Und dass wir die Außenlinien jetzt einfach nur verstärken müssen. Gut. Dann würde ich sagen, morgen geht's weiter. Vielen Dank für's Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.